Aaaaaaah Aaaaaaah lassen hierher kommen der ist da und ohne diese andere warte ich hätte noch 1 2 mal mit meinem c4 und dann kannst du mal effen ok jetzt rennen drinnen möchte er jetzt wieder erblenden jetzt können das ist gleich gewesen um Ich hole mir noch mal Flashes, dann brauche ich nicht, C4 ist mir jetzt erstmal egal, Astral ist so weit weg, wo ich mir nachher wieder reiche. Vielleicht hattest du es schon? Ich weiß nicht, wie heißen die? Nein, nein, da entweder es blink, was auflöst, was nicht auf Fall. Ok, ihr habt es schon. Ok, das war's schon. um ich habe die Treppe der Wunscher der Gründer aber es sind wieder und kommt gar keine Punkte auch auch Oh, du bist ein Pferde. Du hast gerade gesehen, wie du zum Übelst da hinten geflogen bist, oder? Fett, oder? Ja, oder? Weil du kommst gerade um der Ecke, schießt eine Leichtart. Ja, Mann, das ist richtig hart gewesen. Hä? Ich bin auf dem Boden. Du hast auf den Boden gezogen, also songdierten, sie stimmte die Welt hervorrufen. hey oder nä die sind wieder runtergelaufen geht nicht gut der Abbe S der Abwehr Achso Deine ist auch dabei ist Warte mal ich muss mal kurz ich hol mir mal... ich glaub ich weiß nicht ob ich mir ein Schild-Ding da mal reinholt Predator... Das war ein Geh habe ich immer noch für die Helis die böse böse Helis da kommt ein Reich hier und Putsis, komm her bevor wir da hinten noch schnell uh oh Juggernaut Ah Das ist Juggernaut Warte, was sind die alle down bis auf die Jugs zu nehmen, oder? Ja, nicht Denk mal, es kann sein, dass da hinten der Jug hochkommt Ich mach drin, krieg ich gar nicht Warte, lass abhauen, nee, lass abhauen Warte, was stimmt Komm, komm herrund komm, komm runter, komm her runter irgendwo und ich will immer fragen, was passiert, wenn du hier runterfliegst hör auf, spring nicht runter, spring nicht runter, ey komm her, komm her, komm her, komm her sind wir zwei, oder was? ja, ich komm her hinten hin Gott, die hünder lebt noch jetzt hier komm her, Pei du rennt zu mir Du bist ja gleich laut. Wow! Oh, ich hab's noch gekillt. Alter! Die Predator kam übel schnell runter. Die Hühner leben immer noch. Okay, warte mal. Meine Sandrigan lebt auch immer noch. Ey, du musst dir noch einmal eine neue holen. Oh, was? Meinst du wieder tot? Ne, nicht schon wieder immer noch. Nein, ich hab grad ne neue. Ja? Ja, bestimmt wegen den Chucks. Ah, das kotzt mich an, ey. Soll ich das mal schaffen mit diesem Fuchs Stausen? Obwohl... Wieso hast du jetzt gerade? Diese Stausen. Wieso falle ich runter? Die haben schon jetzt neue Woche. Ich hebe sie dann gleich mal auf. Boah. Ja, die hat schon. Dann sind alle zu dir. Wie hefet die Eizte der Eizte aus. Ja, keine Gegner sind alle zu dir. Hm. Bist, bitte. Ich hätte gar nicht gereht ... Ich hätte gerne gereht ... Ha. Wieso hätte ich eine Hübe geschlagen oder wie? Keine Ahnung. die morgen im bevorste mal wieder mit dem der Schatz die oder die Entschuldung in dieser schlechten Mund. Hast du das Perk? Das kommt schon wieder Helis. Jetzt kommt hier hoch die Schildfuzis. Was hat er denn nur tun? Hast du den neuen MG geholt? Ja. Ja. Ich habe mich volltum. Ich habe mich volltum. Ich habe mich volltum. Jaaa!